das kam gerade ein richtig teurer spaß der muss jetzt brutal werden das war gerade richtig teurer spaß die ausbeute waren nicht gut hat eben hat es gelohnt zu rollen auch wenn man auch ordentlichen vorkasse gegangen sind ab sich selbst gelohnt hat da will ich noch mal die erste stupe schaffen ein bisschen retour wieder okay schlecht schlecht war der start nicht recht war er nicht 100 x jawoll schön dann direkt 1500 drauf geil hier drüben die 103 grad habe es gesehen geil das war sehr wichtig mega wichtiges ding nun mal jetzt für alle zur info wenn da hier außen die 1000 knapp 10.000 euro direkt mit einem treffer und bitte wir müssen schaffen aber wir haben es geschafft enge kiste enge kiste wir haben die trampoline wieder unten und bitte 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 jetzt wir haben es noch mal sehr stark und wir sind 27 wieder drauf investment hat auf jeden fall jetzt schon gelohnt das investment in die extra kugel hat auf jeden fall gelohnt gott sei dank kunde nicht weg boah schöne treffer schöne treffer wichtig viel nach außen gegangen gerade ich habe 4.000 euro fast es nicht wie geil der bonus läuft hier wieder mega mega geiler bonus wieder geiler bonus wieder geiler bonus wieder pein of blinko 2 komplett on fire ja sehr sehr stark sehr sehr stark er ist gut wieder oh mein gott war das teuer ich hasse dieses spiel wieder überhaupt nichts für mich so was mit diesem kaufen muss das zahlen wird das muss bitte was zahlen oh mein gott muss das was zahlen bitte 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 schön verzettelt mit dem scheiß läuft gar nicht schlechter beginn hier läuft gar nicht schlechter anfangen oh und starlet ist auch noch dreien und dann noch ein bonus bei starlet am anschluss läuft sehr gut der läuft wirklich sehr gut fester start jemals wir haben schon drei er hat er mit 100x reingegangen hinten aber schon 300 euro drauf mal schauen wir haben schon zwei level voll gemacht im ersten also mit den ersten bällen schon zwei rufen also das ist jetzt ist ein guter bonus schon bisher also wird schweres zu verreißen kurz unterbrechung des videos ich hoffe euch hat das video bis hierhin gefallen wenn ja das gerne mal ein like da schreibt in die kommentare was ich mal für ein slot spielen soll und wenn ihr kein video oder streamer verpassen wollt dann auch gerne ein abo wird mein team und mich sehr freuen vielen dank dafür und weiter geht es jetzt mit dem video ja kommen noch mal unter und jetzt haben und die dings und am runden die felder wieder der pulte so will ich das sehen wo er sieht sehr gut aus schöner bonus er sieht sehr gut aus der bonus er sieht sehr gut aus der bonus exzellent würde sagen sie aus exzellent der bonus aus er sieht super mäßig aus oder kann richtig gut werden da kann richtig gut werden wo kann der gut werden freunde oder kann auch richtig richtig knallen 2000 euro investiert 34 schon drauf und wir haben top ausgangslage jetzt bin ich gespannt freunde die stuhl würde ich gerne noch schaffen auf jeden fall ob ich unten rein rasselt und die katapulten fort scheiße und die hat doch die läuft gut sehr gut das immer schaffen das immer schaffen so jetzt freunde aufpassen was ist denn hier los oh mein gott was ist denn hier los sechseinhalb schon drauf weiter geht's wir haben noch so viele bälle komm siebenhalb komm weiter muss nur einer die tausend rein wir schaffen die nächste stufe vielleicht sogar noch wir schaffen es oder oh mein gott was das für ein bonus der kann richtig knallen jetzt der kann richtig knallen wir haben 64 bälle wir haben 640 bälle jetzt nochmal alter verwalter der kann richtig brutal werden 8,8 schon drauf knapp 9.000 haben wir es sicher wenn die katapulte bleiben ist alles offen wenn die katapulte bleiben ist alles offen 9.000 euro knapp schon drauf komm bitte oh noch nie gehabt ich war noch nie bei 32 ganz 64 alter wir haben oben so viele bälle oh mein gott katapulte sind weg oh wie es unten rein rasselt yes wie es unten rein rasselt alle auf einmal ja komm auf geht's yes 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 1 auf blinko 2 bam hohohohohohohoho 16k muah yes 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 Geiler Bonus Was ein geiles Spiel Das darf nicht wahr sein Geil Geil, geil, geil So, wir sind drin im Bonus Direkt auf den 10er rein Interessanter als gerade eben noch auf den 5er Haben wir alles richtig gemacht Erstmal soweit Nur noch bezahlen Kommt direkt mal reingeschnuppert Okay, pusht Multi auf 9 hoch Jetzt sind wir mal gespannt Was macht er Schön Oh ja Oh ja Oh, die Tausender Münze Ach du Scheiße Wir sind ja auf den 10er drin Oh, ich denke mal Wir spielen ja sonst immer auf dem Euro Ich kauf das ja sonst immer auf dem Euro Ach du Scheiße Ich hab's gar nicht Null gecheckt Null Ach du Scheiße Wir sind ja auf dem 10er drin Ja, ich hab's gar nicht mehr auf dem 10er drin Ach du Heilige Wir sind ja auf dem 10er Ach, du Schei. Oh mein Gott. Oh, noch mal. 18.000 Euro. Yes, yes. Ich habe es gar nicht gecheckt. Ich habe es null gecheckt. Ich hasse das Spiel. Ich habe es vergessen, dass es sofort weg ist. Er dreht einfach weiter. Er dreht, als wenn nichts gewesen wäre. Er dreht einfach weiter, als wenn überhaupt nichts gewesen wäre. Kann man das schaffen? Können wir es schaffen. Wir haben es, oder? Wir haben es doch. Na, Scheiß, wald jetzt hier raus. Danke. Auf geht's. Hui, der ist aber groß. Schöner Hit. Rein in den Retrigger direkt. Und mal drei. Hui, schöner Hit. Ach, stimmt, das Mal kommt am Ende drauf. Richtig, stimmt. Stimmt. Sehr stark. Sehr stark. Oh, das war aber gut. Oh, wieder ein großer Hund. Wieder mal drei. Der läuft gut, der Bonus. Wieder Hund. Hui, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Guck dir das mal an. Der pusht den Multi mit jedem wieder weiter. Der nächste Retrigger ist auch da. Was ein toller Bonus. Was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt los? Ich habe den Balls abgeräumt. Bringt aber nichts. Hä? Wir haben keine Extraspins bekommen. Und wieder da. Ich glaube, wir haben beide mal zwei bekommen, ne? Auf dem Multi nochmal. Noch ein Hit. Noch ein Hit. Oh. Nochmal zehn Spins jetzt. Haben wir jetzt nochmal einen Superbonus hinterher? Ja, jetzt haben wir nochmal zehn Spins im Superbonus. Mit bleibendem Multi. Was? Krass. Krass. Er hat erst den normalen Bonus zu Ende gespielt. Und jetzt nochmal den Superbonus hinterher. Alter Schwede. Was ist denn hier los? Was eine geile Slot. Siebener Multi. Komm, den großen Hund rein. Auf geht's. Der kann richtig gut. Komm. Mach doch den Hund bitte rein. Nein. Was machst du denn? Nur Dead Spins. Oh. Nein. Okay. Trotzdem. Sehr, sehr gutes Freispiel. 400x. Wahnsinn. Aber. Wo war denn dieser große Hund? Aber der Kampf war ja schon gut. 400x. Das ist ja krass. Dass er das nochmal danach macht. Wahnsinn. Oh, mega. Geiles Slot. Wie ist es? Auf geht's. is es? Oh, mega. Wie ist es? Ich habe das 지금. Das war auch großes.